Deutsche Memes You looked exe, let's go Dieses Video soll jemanden verletzen und dient nicht zur Unterhaltung, alles klar Und für heute Abend ist das der richtige Ort Herzlich willkommen bei uns Guten Abend, Moin Leute AHHHHH Oh nein Oh 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 nein, ich habe ihm die Beine abgebrochen Krasse Idee Hallo Knurbeln Band Was? Erstmal solltest du schreiben dann dein Kollege Riesige riesige Eier, ich war letztens bei ihm Der könnte das durchziehen Der könnte das schaffen Ich habe ein Drei Ich habe ein Drei 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 The Fast and the Furious Tokyo Drift Ist er da? Ja! Ja, Mann, jetzt weg! Ich krieg Angst, wenn du mich so anschreifst! Lecker! Schmecker! Ja, Mann, jetzt weg! Ja, Mann, jetzt weg! Ja, Mann! Ja, Mann, jetzt weg! Ja, Mann, jetzt weg! Ja, okay, komm! Die Bahn ist schon da! Also, Freunde, wenn er da ist, dann passiert sowas! Wie lange, was sagst du dazu? Bruder, wollte ich es nicht! Der Wagen liegt locker bei 400.000 Euro! Flügeltüren! Ist schon eine geile Karre, ne? Aber wer so ein Ding bekommt, gibt das nie wieder her! Es gibt nur 200 Stück von dieser Sache hier! Hier zeigt sich wieder 317 kmh Höchstgeschwindigkeit und wir kriegen ihn trotzdem in der Innenstadt! Ziel erreicht, er hat es begriffen, Ticket bekommen! Ich glaube, er wird es ja nur überlegen, ob er das nächste Mal so lautstark um die Ecke fährt! Ich war für eine Stunde weg! Für eine Stunde! Ich habe geparkt! Irgendwo um nirgendwo! Hier ist nichts! Überhaupt nichts! Und ich finde diesen Zettler in meinem Auto! Sorry für den Kratzer! Ich kann mir die Reparatur nicht leisten! Ich hoffe, das ist okay! PS! Tropfen noch einen schönen Tag! Sorry für den Kratzer, Digga! Sorry für den Kratzer! Sieht das für dich aus wie ein Ver- Kratzer, Digga! Das ist kein Kratzer, Digga! Das ist ein Totalschaden! Junge, schau dir das an! Digga, was... so! Ja! Das ist kein Kratzer! Ich habe noch einen Ronnel! Tief aus! Alleine, Dief aus! Bis zum nächsten Mal.